ja hallo und herzlich willkommen zum zweiten part tut mir leid dass irgendetwas passiert ist hier weil ich habe auszusehen aufnahmen gestartet und was ja auch man ist mittendrin abgebrochen und es hat sich aber nicht viel getan und deswegen weil es so leckt muss ich glaube ich dieses projekt abbrechen ich weiß nicht warum aber es leckt und ich glaube ich bricht ins projekt ab bald wieder damit ist das bei euch Und bitte, guckt euch das Video ganz an. Ciao, das Projekt bricht ab.